Witam z Krakowa. Hallo aus Krakau. Die meisten Pilger kommen erst am Montag hier in die Stadt. Ich habe mich aber im Vorfeld schon mal in der Gastgeberstadt umgeschaut. Ich bin hier auf dem Blonjaplatz, wo am Dienstagabend der große Eröffnungsgottesdienst stattfinden wird. Im Moment ist hier noch nicht so viel los. Einzelne Freiwege laufen hier noch rum. Auf der Bühne laufen die letzten Vorbereitungsarbeiten. Aber am Dienstagabend werden hier mehrere hunderttausend Leute auf dem Platz erwartet. Von der Ruhe vor dem Sturm kann auf dem Marktplatz von Krakau keine Rede sein. Ich glaube, Krakau ist bereit für den Weltjugendtag. Die Pilger können kommen. Es ist zu glücklich. Schalalalalala Is ist zu glücklich. Schalalalalala Hey, was ein glücklich. Schalalalalala